F-L-O-S-S-E-L F-L-O-S-S-E-L Flossen Hey Barry! Mach Feierabend, Sabine. Hallo Sting. Barry, was ist denn das für ein Telefon? Telefon? Was denn für ein Te... Ach, das Telefon. Natürlich, das Telefon, das hier plötzlich im Aquarium steht. Einfach so aus dem Nichts. Völlig normal. Wir denken eben halt hier andauernd aus dem Nichts auftauchen. Alles wie immer. Barry, du wärst irgendwie gereizt. Möchtest du reden? Sollen wir Domian anrufen? Nein, schon gut. Seit ich Yoga mache, bin ich viel ruhiger geworden. Okay Leute, das waren sie wieder für heute. Unsere meditativen 30 Minuten. Und nun verwöhnen wir euch für die nächsten 6 Stunden mit den größten Hits der Vorweihnachtszeit. Oh Mann, oh Mann. Ein Telefon. Ein Telefon. Jetzt wird mein Traum endlich wahr. Ich kann eine eigene Radio-Comedy-Sendung machen. Hallo? Ja, guten Tag. Scheuermann von der Kriminalpolizei. Ja und? Ihr Mann hatte einen grauenhaften Verkehrsunfall. Ein herabstößender Zeppelin hat ihn zermalmt. Dann traf ich in einen Blitz. Anschließend wurde er von einem tollwütigen Bären zerfleischt und gefressen. Was? Nur Spaß. Hier ist das verrückte Telefon. Das verrückte Telefon. Also, ist der Alte jetzt tot oder was? Das ist keine gute Idee. Lass uns das Telefon lieber dafür nutzen, Dinge zu tun, die uns als Personen weiterbringen. Bitte legen Sie sich auf. Die nächste Künstliche Intelligenz steht sofort für Sie zur Verfügung. Oh Gott, oh Gott. Habe ich mich erschrocken. So sehr erschrocken habe ich mich nicht mehr, seit ich in der Pizzeria gearbeitet habe und mein Kollege war ein Rochen. Sting im Ernst, du brauchst eine Brille. Hallo? 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 Corinna, bist du's? Äh, nein. Da haben Sie sich verwählt. Oh, das tut mir leid. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Hallo? Hallo? Corinna, bist du's jetzt? Nein, da haben Sie sich leider noch einmal verwählt. Entschuldigung. Schönen Abend noch, junger Mann. Ebenfalls. Hallo? Hallo, hier ist Corinna. Gab es Anrufe für mich? Hahaha, nur Spaß. Hier ist das verrückte Telefon. Das verrückte Telefon. Das hat für mich nichts mit Comedy zu tun. Oh je, Sting. Ich weiß, wie ernst du das Thema Spaßanrufe nimmst, dass sie für dich eine Kunstform sind und wie sehr es dich kränkt, wenn man sich schlecht ausführt. Und ich weiß, wie emotional du sein kannst. Bitte, brich jetzt nicht in Tränen aus. Keine Sorge, Barry. Seit ich Yoga mache, bin ich viel ruhiger geworden. Ohm... Yoga ist super! Yoga ist super! Das verrückte Telefon. Das verrückte Anrufe